Zuverlässig, unabhängig, innovativ, weit über jeden Standard hinaus. Wir sind Lessman, ein Familienunternehmen, das seit 75 Jahren technische Bürsten für Industrie und Handwerk herstellt. Unseren Kunden bieten wir genau das, was sie brauchen. Die für sie passende Bürste. Unbemerkt begleiten unsere Bürsten Deutschland und die Welt durch den Alltag. Egal ob in der Produktion von Fahrzeugen, E-Bikes oder Gastronomieeinrichtungen, im Handwerk, im Tunnelbau, in der Produktion von Betonbau. Ohne Lessman Bürsten geht gar nichts. All unsere Produkte werden von A bis Z in Bayern gefertigt. Qualität made in Germany. Wir sind der Produzent hochwertigen Werkzeugs, sowohl von Serienproduktion als auch Stückzahl 1. Jeden Tag entwickeln wir neue Bürsten. Zuverlässiger, sicherer, nachhaltiger und von höchster Qualität. Der Standort Deutschland verpflichtet uns dazu, Vorreiter im Einsatz moderner Technik und Automaten zu sein. Wir haben direkte Wege zwischen Entwicklungs- und Anwendungstechnik. So können unsere Kunden beste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen erhalten. Wie wir das meistern? Mit Innovationsgeist, getrieben durch ein starkes Team und ausreichend Raum für persönliche Weiterentwicklung. Und all das in einem familiengeführten sozialen Unternehmen mit einer stark verwurzelten regionalen Verbundenheit. Lesmann, the German Brush Company